und dann kommst du wieder rauf. Warum tötest du mich dann so einfach? Ja, wenn du mein Haus anzünden willst. Ich hab das vor die Tür gesetzt und gleich wieder weggenommen. Ja, allein das reicht schon. Ja, die Tür brennt ja nicht. Ich hab meine Fackeln vergessen. Jetzt mach den selber aus. Nein. So, Basti, jetzt einen Aufnahmestopp bitte. Nein. Hast du? Ja, warte. Weiter geht's. Jibiii. Zombie. Creepa. Creepa. Wie Basti gleich wieder Stress eins vorlässt, wie der Einheimische. Logo, mit den Einheimischen. Ja, mit den Einheimischen. Los, wie auch anders. Gleich muss er sich erprügeln. Typisch Basti. Immer eine Schlägerei. Immer der Erste an der Front. Normal, Braunschweig-Kolligen, ne? Braunschweig-Kolligen. Hilfe. Meinte ich natürlich. Weißt du, du machst mich so rage, dass ich schon gar nicht mehr reden kann. Hat Braunschweig-Kolligen? Ja. Nice. Bin ich zwar nicht stolz drauf, aber ja, haben wir. Wetten, du bist Mitglied? Ne. Ja, mit-Glied bin ich schon. Kein ohne-Glied, aber nicht bei denen. Der war schlecht. Ja, absolut flach. Aber das erwarten die Fans. Für die Fans, Junge. Alles für die Fans, alles für die Fans. Möchtest du eine Steintreppe zu deinem Haus, Seven, oder möchtest du eine Holztreppe? Eine Steinigungstreppe, Junge. Ich werd noch erstmal eine Etage tiefer bauen. Steinigungstreppe will er sowieso immer. Ein aus Gold, okay. Ja, bauen wir dir eben. Oder aus Diamantenblöcken, er ist heute nicht so. Nein, nein, der Bürgermeister nimmt nur Gold. Ich will ja mal einmal ein Netz zu meinem Volk sein. Willst du wirklich eine haben? Eine goldene Treppe, ja. LOL, wo sollen wir das ganze Gold herkriegen? Ja, ihr wollt eine Treppe haben. So viel Gold haben wir nicht. Seht es als einmalige Steuer hier. Sorry, Bürgermeister, aber so viel Kohle haben wir nicht. Wir sind nicht so reich. Alter, was hab ich denn für beschissenes Volk? Jetzt ist das Volk wieder schuld, nur weil du so hohe Steuern hast. What the fuck? Er ist halt großzügig. Wenn wir zehn Hühner haben, müssen wir ihm nur elf geben. Ist echt so. LOL. Leute, dann geben wir einfach Basti dazu, ey. LOL, nee, ich dachte eher so einen 15-Jährigen. Nö. Die 15-Jährige. Du bist doch hier die Dorffurr, oder nicht? LOL. Jeder hat dich schon mal genagelt. Du kommst mir zur Beichte, weil ich der Dorffahrer bin, ey. Ja, ja, ja. Der Dorfbaba. Dorfbaba, Junge, nicht Dorfbaba. Nee, der Dorfbaba. Doch, ich nimm dir deine Sünden ab und deine Jungfreulichkeit, ey. Also, LOL. Ja, das ist, glaube ich, das Wort. Ich und mein B-Do-Baba, ey. Was ist los? So machen das, Priester. Oh. Ich nehm dir deine Sünden ab und deine Jungfreulichkeit. Den Priester musst du mir zeigen. Klar, er guckt Nachrichten. Ich guck Nachrichten. Sehr gut. Sorry, ich wohne so weit in der Stadt, ich hab keine Kommunikation. Ja, echt scheiß Bürgermeister. Wo ist der Fernsehanschluss, ey? Richtig. Hier nicht mal seine Bürger befriedigen. Also wirklich, das geht mal gar nicht. Na, befriedigen schon, aber halt nicht alle Bedürfnisse. Ja, mit was für'n Geld soll ich das bitte schön machen? Billiges Volk hier, ey. Fordert, 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 ne? Ja, so muss das. Ja, du kriegst nur Steuern, wenn wir unsere Bedürfnisse befriedigt bekommen, ne? So wie Essen, Fernsehen, Unterhaltung. Sex kommt auch noch hinzu. Ja, dafür bist du doch da, du Dorfnote. Ja, das ist Basti's auch, stimmt. Nein. Warte, wie weit bin ich denn von dem Dorf weg, ey? Hier, du bist gar nicht in uns am Dorf gerade? Nein. Sehr gut. Nein, halt die Fresse. Basti's Haus zerstören, Basti's Haus zerstören. Ich hab noch einen Flint und einen Eisen, hm. Alter, sorry, Basti, die Gelegenheit kann ich mir nicht entgehen lassen, wenn du schon nicht da bist. Sorry, sorry, geh dich. Also dein Haus wird leiden. Fick dich. Ey, hört auf mit dem Scheiß, man. Ihr müsst nicht gleich wieder rumtreuen. Was hast du da? Oh, nice. Alter. Hm, Holzboden. Sehr praktisch und Holzdach. Überleg's sehr gut. Du weißt, was deine Hand hat. Ein Ei. Ja, natürlich ein Ei. Hast du echt angezündet? Hast du ange... Nein. Was machst du schon wieder in meinem Haus? Basti, guck mal rüber ins andere Haus, dann siehst du ein Porno. Juhu. Oh nein, den war im Haus so ab. Ich hab ihn gerade von hinten bestiegen. Hier kommt der Priester. Oh nein, Hilfe. Nimm mein Schwert in den Mund, Junge. Ja, komm her. Oh. Oh, geil. Geh mal dein Schwert, los. Fick dich doch, du Piatsch. Läu, wie sie sich einfach gleich gegenseitig umbringen. Läu, wie er zurückgeht und immer so schlägt. Nein, 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 nein. Lass mich, lass mich, lass mich da raus. Ich bin nicht. Ich hab kein Herz mehr. Ich bin tot. Nein! Ja, weil ich nicht so treu bin wie du. Ich geh ja schon, ich geh ja schon. Basti, der Dominator. Ja, ich bin einfach nur human. Wo ist die kleine Ratte? Jetzt gibt's Backfutter. Und zwar beidseitig. Komm her, Junge. Komm, wir spielen. Oh, der Arme geht hin. Spielen wie krisen. Leg das weg. Leg weg, was du in der Hand hältst. Sofort. Was hat er denn in der Hand? Drop es. Nein, das ist mein Ding. Drop es. Bleeding? Worum geht's denn gerade? Ich geh weg. Ich geh weg, nein. Drop es. Das ist meins. Was hat er denn, was dir nicht fällt, was die? Ja, flimsten Stil. Nein, ich bin die, die gibt's mir. Nein, der kommt. Drop kommt schnell zum Übergabepunkt oben. Wo ist oben? Hier oben. Ganz oben. Ja, Verbindung. Nein, sind das hier. Au, schnell. Ich bin da, ich bin da. Ach nein. Wie du mich schlägst. Leih, wie Blinig dich schlägt. Ich bin da. Ach, du bist so blöd. Ich wollte dich gar nicht töten, ey. Ich dachte, Friede und so. Oh mein Gott. Leih, ich bin in dir drin, du Bier. Leih, ich hasse dich so abgrundtief. Wer steckt mich hier in meiner Hauswand. Oh nein, ich muss doch zu unserem Home. Oh Mann. Oh, ihr super Scheiße. Schatz, hast du gerade verwirkt. Ey, äh, Rolf, teleportier mich mal bitte mit zu dir. Ich möchte gerne meine Sachen wiederhaben. Warte. LOL. Wieso? Was machst du? Nein, der bleibt jetzt in der Wildnis. Da, was ein Ass hier ist. Ey, ja. Was denn? Er hat mich auch deo- Ich kann dich nicht holen. Oh Mann. Warte, ich sehe ihn schon. Teleportier mich zu dir. Teleportier mich mal eben. Kann ich nicht. LOL, klar, du hast OP-Rechte. Nein. Na klar, das du von Anfang an. Nein. Lachen mich nicht voll, mach einfach. Nein. Ohne Bleding ist das LB nur halb so viel Spaß. Weil sonst könnten wir Basti nicht so cool nerven. Alter, guck mal in den Chat rein. Ja, was soll ich da lesen? You are no longer OP. Mein Gott. Oh Mann. Das stand nur mir, nicht bei dir. Stand bei mir. LOL, das stand bei mir. Ja, dann wurdest du auch OP-D-OP'd. Mein Gott, ist doch so schwer. Kannst du mich? Ich kann Basti, Mann, jetzt, Mann. Anti-Troll-Vorsorge. Lass mich jetzt einig so toll ihn wieder. LOL, das ist der Anti-Troll-System. Und das habe ich jetzt eingefügt. Glaub mir, ich bin genauso effektiv. Ohne Bleding. Danke. Ich sehe nichts. Dann bitte meine Sachen wieder. Meine neuen Eisen, bitte auch. Die liegen oben. Ich habe nichts eingesammelt. Achso, oh, falsche Richtung. Lernt die Tür zuzumachen, ey. Einmal muss man da durchgehen, aber meine Sachen nicht. Links, da links, links, links. Einmal den ganzen Gang entlang. So, und da liegt nur noch eine Holz-Axt. Da. Da. Irgendwie scheiße. Das war's. Mein Eisen ist nicht da. Doch, da bist du übergriffen. Hallo. Ach, da, ja stimmt. Hey, Bürgermeister of Town-Town. Guck mal aus deinem Fenster raus. Ja, hier ist ein zweites Fenster. Hi. Oh, lol. Wie einfach mal. Nice. Hi. Ja, Bürgermeister of Town. Expandiert, würde ich mal sagen. Wollen wir gleich mal auf Expandierung, auf Expedition gehen? Höhlenforschung. Ja. Ich wäre dabei. Ich muss mir... Was machst du da? Ich würde ganz gerne erst mal das Haus wenigstens fertig haben. Ja, die Zuschauer gucken uns jetzt seit 23 Folgen beim Häuserbau zu. Nein, da oben kommst du nicht längst, weil da oben habe ich alles voll gebaut. Oh Mann, aber dafür habe ich das ja extra 7000 Stufen hoch gebaut. Hast recht. Ja, okay, wir können Höhlenforschung betreiben, wenn du möchtest. Ja, du zuerst meine Höhle erforschen oder ich deine? Ich bin dafür, ich erst deine. Ja, okay, dann tut das aber wieder weh, wenn es andersrum ist dann. Ja, egal. Das bist du nur mittlerweile gewöhnt. Ja. Voll ausgeleiert. Hm. So. Passt schon im Re-Mode rein? Ja, alles. Ah, okay. Oh leih, ich habe Schnackers Schuhe. Oh, Lex. Vor meiner Tür liegen deine Schuhe. Ich brauche eine Axt. Entschuldigung. So. Von mir aus können wir loslegen mit Expedition. Jo, wir achten um. Warte, warte, ich will noch hier was bauen für mich. Hier, ich bin mein Haus fertig. Boah, wie ging denn noch mal Bild? Bild? Ja, mit lauter Wolle, weiß ich. Wolle, einmal Wolle in die Mitte und rundherum Stickies. Gut, dann hatte ich das halbwegs richtig im Kopf. Halbwegs. Halbwegs aber nur. Ja, deswegen habe ich auch gefragt. Ich bin er枚 halt.